Ladies und Gentlekäfer, Karl der Käfer präsentiert Ihnen Däumeline. Baby, komm zum Käferball, schau, alles drängelt, will hinein. Kaum hören sie den Käfer bieten, tanzen die Beine von allein. Hörst du sie schreien, für dich allein? Du bist wunderbar, Baby! Oh, mein kleiner Schmittelin, du klackst, klappst mir immer noch. Ich fahr drauf ab, wenn mich dein Flügel berührt, meine Antennen verknoten sich. Und dann fühl ich mich so schwindelig und so, ha, 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 ha. Unglaublich! Lass uns tanzen, Baby! Ist sie nicht wunderhübsch? Hinreißen zu fressen niedlich. Sie hat ne tolle Figur, echt stark die Kleine. Hm, alles klar, Schneckchen, flügeln wir los. Wie soll ich denn losflügeln? Meine Flügel sind doch nicht echt. Hören Sie auf, mit uns schwindel ich? Meine Güte! Oh, wie unattraktiv. Das ist doch geschmeichelt. Sie ist absolut hässlich. Sie ist doch hässlich, dass man es kaum mit ansehen kann. Hoffentlich ist das nicht ansteckend. Wie skandalös! Unglaublich! Und von Flügel schaufelt jede Spur. Was ist das nur für eine Kreatur? Sie hat keine Fühler, keine Fühler. Sie hat einen Panzer an, wie Pufan. Sie hat krumme Beine, knochige Knie. Doch dafür hat sie Flöhe. Oh, nee! Kann nicht mal fliegen, so kann's nicht gehen. Sie ist nichts für dich, sag auf Wiedersehen. Hey, Schneckchen, du bist leider zu... Äßlich! Nimm's leicht. Du wirst über mich hinwegkommen. Ach, bin ich so hässlich?